Da sieht man so vier Steinbohrungen aus den Steinen und dann eben die Daten, die wir vom Geologischen Institut hatten, wie viel Metall drinnen steckt, wenn man jetzt diesen Stein einschmelzt. Das heißt, es hat variiert bei Aluminium von 24 Prozent für Aluminium bis hin zu 0,8 Prozent bei Zink. Und man sieht da schon eigentlich, was 0,8 eigentlich heißt und 25 Prozent. Und das haben wir dann probiert auch in Möbel zu bringen und haben eben die Daten genommen und die haben uns geholfen, das Design zu definieren. In der Mittagspause sind dann sogar die Baustellenmänner in Montur in die Ausstellung gekommen und du hast so gemerkt, egal wie alt, egal von welchem Hintergrund irgendwer kommt, die werden da drinnen zu Kindern und fühlen sich so überrascht und hinterfragen auf einmal ihre Verbindung zur Natur und zu Insekten und auf einmal kamen Fragen wie, sind wir, am I toxic? Also so ganz, ganz, ganz eigenartige Reaktionen und eben genau das ist für uns eigentlich die schönste Belohnung, wenn ein Publikum dann so überrascht reagiert und eigentlich dann auch eine Erinnerung mit nach Hause nimmt. Ja, hallo allerseits. Super, wieder vollen Raum. Also erstmals, das ist eine lange Zeit. Also wir hatten schon ein, zwei Live-Veranstaltungen, aber noch die Beschränkungen. Freut mich wirklich sehr, da mal wieder so viele Leute zu sehen. Das spricht auch für Vortragende. In dem Fall Vortragende. Wir haben dann unsicher, ob jetzt zweit kommt oder allein. Jetzt sind die Projekte doch so dicht worden, dass die drinnen ist. Allein, aber wunderbar trotzdem. Also ich grüße mich sehr herzlich aus Wien von Duo Mischa Traxler. Mit ihrem Partner in mehrerer Hinsicht ist sie dieses Designstudio. Sie arbeiten seit 2009, also über zehn Jahre zusammen. Sie kommen so von der Ausbildung her aus dem Produkt- und Möbeldesign. Aber er wird sich dann selber noch was dazu sagen, wie er sie wohin verschlagen hat. Und Mischa Traxler macht ganz vielfältige Dinge von, sagen wir mal, klassischen Produkten. Also im Sinne eines nutzbaren Produkts bis hin zu Installationen, oft interaktiven Installationen, Szenografien, Ausstellungsgestaltungen, also wahnsinnig vielfältig. Und wie man vorher geredet hat, dann auch immer so ein bisschen Wechselspiel zwischen Autosarbeiten und selbstinfizierten Dingen, die sich, ja, die Amtsarbeiter wichtig sind für die eigene Bewegung und die eigene Motivation. Mischa Traxler haben im Besonderen diese Installation gestaltet, die wir jetzt schon zur Hälfte ausschalten und dann ganz, weil sie zu hell ist. Und zwar ist das ein, sozusagen Ableger vom Museum für Angelernte Kunst in Wien, von dort im Design Lab, wo diese Installation Prospects, ein wichtiger Teil dieser Dauerausstellung zum Thema Design ist, die dort im Untergeschoss auf 2000 Quadratmetern zu sehen ist, die irrsinnig tollen Zugang, finde ich, zu Design als Crash Verschiedsmaterie zu ganz vielen Themen unserer Gesellschaft, unseres Alltags bietet, also unbedingt, wer es noch kennt, mal anschauen in Wien. Und diese gesamte Ausstellung, nicht nur diese Installation ist von Mischa Traxler konzipiert worden, das war vor drei Jahren. Also sie ist 2018 eröffnet. Ja, genau. Und sie haben also ganz, also dieses gesamte Konzept gemacht und auch diese Installation, die Videos, also die Animationen sind von LWZ, ein super lässiges Animationsstudio in Wien, auch mit gewohler Beteiligung. Genau. Und sie wird uns heute einerseits ein bisschen über das Konzept des Design Labs, weil es einfach auch so ein Statement zu einem Zugang zu Design allgemein ist, erzählen und dann aber auch vertiefen eigene Projekte zeigen, auf die ich sehr freue. Das Konzeptionelle steht immer im Mittelpunkt bei den Projekten von Mischa Traxler. Nichtsdestotrotz haben sie aus meiner Sicht eine irrsinnig sinnliche, haptische, also sehr ästhetische Erscheinung. Und wir haben auch vorhin geredet, dass so quasi mehr und mehr in den letzten Jahren so der Aspekt der Wissensvermittlung durch Design oder der Datenvisualisierung im weitesten Sinne eigentlich durch Design so in den Mittelpunkt gerückt ist. Also alle diese Installationen haben einen sehr dichten, kontextuell sozusagen Unterbau und sie mit rein ästhetischen Entscheidungen. Was wollte ich noch sagen? Ja, Peter, eure Projekte sind vielfach gepreist. Ihr habt das Auszeichen verdienterweise bekommen. Sie sind in Museen und Ausstellungen vertreten. Also wirklich eine der ganz wichtigen und tollen Designstudios in Wien, die eben so ein bisschen anderen Zugang haben und aus dem heraus haben wir euch eingeladen. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, danke für die lieben einleitenden Worte und schön, dass ich da sein darf und schön, dass Prospects da hängt. Eben deshalb bin ich mal da. Ich nehme an, nicht nur wegen Prospects, sondern auch wegen dem Rest. Aber eben Prospects bringt uns oder jetzt mal mich ohne Thomas nach Innsbruck und wir haben uns extrem gefreut, wie das Thema aufgekommen ist, ob das Mag Design Lab quasi einen Ableger in Innsbruck für ein paar Wochen kriegt, weil eigentlich das ursprünglich auch eine Idee war des Labs, dass man vielleicht auch schauen könnte, gewisse Themenbereiche in andere Ortschaften in Österreich zu bringen und das ist aber dann gar nicht so losgetreten worden. Aber dazu vielleicht ein bisschen später, ein bisschen was mal vorerst zu uns. Eben das bin ich und Thomas, als wir in unser großes Büro übersiedelt sind 2012. Mittlerweile, es ist zwar immer noch gleich groß, wirkt aber nicht mehr so groß, sondern es ist vollgestellt mit Zeug. Eben seit 2009 sind wir in Wien, seit 2012 in diesem Büro im 15. Bezirk und davor haben wir eine Ausbildung und so ein bisschen selber zusammengestückelt quer über Europa. Wir haben angefangen mit einem Bachelor in Produkt- und Möbeldesign, damals an der NDC, heutzutage die NDC in St. Pölten. Da gab es einen Produkt- und Möbeldesign-Kurs, der in Kooperation mit dem Curriculum von Kingston University war und im Zuge dessen waren der Thomas und ich auch ein halbes Jahr lang in London und es war interessant, weil wir haben festgestellt, dass damals der Zugang zu Design dort weitaus anders war als zu unseren Zeiten in St. Pölten, weil bei uns war ein bisschen die Aufgabenstellung, macht es eine schöne Gießkanne und in England war die Frage, wie kann man Wasser von A nach B bringen. Das Resultat kann ähnlich sein, aber natürlich eröffnet eine andere Frage und Zugangsweise einen ganz anderen Bereich und das war für uns extrem bereichern und deshalb haben wir dann auch beschlossen, wir wollen einen Master machen, der sich ein bisschen mehr mit so Fragenstellungen auseinandersetzt und so haben wir dann entschieden, oder wir haben entschieden und dann haben sie uns auch genommen, dass wir einen Master machen an der Design Academy in Eindhoven und der Kurs hieß damals Conceptual Design in Context und nach eben insgesamt fünf Jahren hat es uns aber dann doch irgendwie wieder nach Wien verschlagen und mittlerweile, es ist ja nicht nur Thomas und ich, sondern Mischa Traxler Studio, das Studio impliziert nicht nur einen Raum an sich als Raum, sondern dass ein Studio auch meistens mehr Menschen sind und mehr Hände und Hirne beinhaltet und mittlerweile kann man sagen, dass wir so zwischen fünf Leute im Büro sind, also meistens Thomas und ich, zwei fixe Mitarbeiterinnen und dann haben wir immer wechselnd Praktikanten, die eben bei uns auch reinschnuppern und aber nicht nur schnuppern, sondern nach einiger Zeit auch wirklich tatkräftig ihren Input zu unseren Arbeiten auch geben. Also es ist immer schwer zu sagen, wo liegt eigentlich dann noch die Authorship, wie man so sagen will und man darf das gar nicht unterschätzen, wie viel einfach auch in gemeinsamen Dialogen entsteht. Grundsätzlich in unserem Büro ist es extrem wichtig, dass wir Dinge angreifen und selber machen, aber natürlich sitzen wir auch am Computer und wir versuchen unsere Augen einfach aufzuhalten. Beispielsweise haben wir ein Jahr lang nur die toten Insekten aufgehoben, die man so beim Putzen findet. Fanden wir extrem interessant, wir wussten zwar nicht, was wir damit machen, aber eben es geht darum, auch ein bisschen so im Alltag Dinge zu finden und zu suchen. Natürlich manchmal ist es auch extrem frustrierend und es geht nicht alles so einfach dahin, wie man meinen würde. Als Büro selbst, ja wir versuchen eigentlich vielfältig zu sein, es hat sich aber auch einfach so ergeben aufgrund unserer Interessen, aufgrund der Hintergründe mit wem und für wen und mit wem wir kooperieren und dementsprechend machen wir Objekte und Möbel. Wir machen aber auch Produktionsprozesse und deren Resultate. Das war am Anfang auch oft der Fall, weil wir gewisse Konzepte maschinell machen wollten, aufgrund von gewissen Parametern, aber dann gab es die Maschine nicht und dann wollten wir, dann haben wir halt auch die Maschine gebaut. Das heißt, für uns ist eigentlich wichtig, dass wir den ganzen Prozess einer Herstellung beachten. Manchmal fangen wir eben ganz 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 vorne an, ehe wir dann beim Resultat enden und das hat das involviert eben, dass wir manchmal dann eben auch Maschinen bauen. Wir machen eben Installationen und Displays für Firmen, aber auch in Museen und Messen. Wir streifen so ein bisschen die Bandbreite zur Media Art, also wir machen interaktive Installationen, die eben sehr viel Technik auch involvieren und in den letzten Jahren eben mit dem Mark Design Lab hat es angefangen, dass wir auch kuratieren und ein bisschen so Art Direction machen in verschiedenen institutionellen Hintergründen, was auch total spannend ist und nebenbei unterrichten wir auch noch. Also das heißt, ich glaube, es ist die ganze Bandbreite an Interessen und Möglichkeiten, die bei uns irgendwie so sich wiederfinden. Ein bisschen was zum Mark Design Lab. Das hat eben vor drei Jahren schon eröffnet. Na, ich glaube 2018 haben wir zum Denken angefangen, 2019 wurde es eröffnet. Genau, es war ein großes Projekt, weil wir sind, also das Mark ist an uns herangetreten, ob wir gerne das Untergeschoss eben mit dem Mark Design Labor neu überdenken wollen würden und das war ja relativ neu. Es war eigentlich, es war vier Jahre alt, aber uns kam es gar nicht so alt vor und wir haben uns gedacht, eigentlich total spannend, weil als Designer hat man natürlich einen ganz anderen Zugang, zu welche Projekte man gerne im Museum sehen würde, als vielleicht ein gängiger Kurator hat und mag, wobei das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich ja noch nie einen, also ja. Aber im Prinzip, es war dann ein total spannender Dialog, weil es waren dann Thomas, ich und zwei Kuratorinnen von Mark, die Marlies Wirth und die Janina Falkner und wir gemeinsam haben eben diese 2.000 Quadratmeter unten neu überdacht und die bestehenden Räumlichkeiten ein bisschen über den Haufen geworfen und beschlossen, wie würde eigentlich das Mark Design Lab ausschauen, wenn sie sich mit Vorgaben und Notwendigkeiten des 21. Jahrhunderts beschäftigt und das eigentlich über Design und Designprojekte versucht auch zu vermitteln auf unterschiedlichen Art und Weisen. Und 2.000 Quadratmeter ist wirklich groß und im Endeffekt es war dann ein Jahr Konzeption und Realisationsphase. Das war fast sehr, sehr ambitioniert. Zu guter Letzt waren wir dann alle wirklich froh, dass wir es noch geschafft haben in der kurzen Zeit. Aber ja, wir sind wirklich stolz drauf, was dann passiert ist. Ein Teil ist eben die Installationsprospects, die man hier jetzt in kleiner Kopie, wobei so viel kleiner ist gar nicht, auch nochmal bewundern kann. Da werden die Rollen von Design aufgerollt, die wurden im Zuge eines Workshops erarbeitet mit verschiedenen Kreativen aus Wien und zu einem Research Lab, die geholfen haben, die auch zu formulieren. Und wir haben dann gemeinsam, also wir das Kuratoren-Team haben dann, ich glaube, 13 Positionen eben ausgewählt, die auf den Bildschirmen gezeigt werden. Und grundsätzlich haben wir das ganze Design Lab, also ich weiß nicht, ob ihr damals das Design Labor kannte, das war eher ausgelegt auf Themengruppen wie produzieren, essen, sitzen, verschiedene Aspekte des Lebens. Eigentlich grundsätzlich schon sehr spannend, aber was uns, also vor allem Thomas und mir wichtig war, war eigentlich dieses Aufbrechen von dem Objekthaften, dass Design eben ein Sessel, eine Küche oder ein Tisch sein muss, sondern eigentlich, dass Design eine Herangehensweise ist an Themen. Und deshalb haben wir dann eigentlich vorgeschlagen, wir würden gern Themenbereiche machen und die mit Designprojekten bestücken, damit man diese Themenbereiche auch erfahrbar machen kann. Und im Endeffekt besteht das Design Lab jetzt aus fünf, sechs Räumlichkeiten, manche größer, manche kleiner und insgesamt 13 Kapiteln, zwölf, zwölf Kapiteln, eben von unsere digitale Welt gestalten bis hin zu Input-Output, aber auch Arbeitsteilen, natürlich künstlich. Dann gibt es noch das Kabinett der Konsequenzen, wo zum Beispiel, das ist ein kleiner Gang, aber da werden Projekte gezeigt, die es eigentlich nur gibt, weil die Menschheit davor was falsch gemacht hat, beispielsweise ein Minensuchgerät. Hätten wir nicht irgendwann Minen vergraben, bräuchte man keine tollen Designer, die dann eigentlich Minensuchgeräte machen. Also da geht es genau um dieses Kabinett der Konsequenzen, das belegt, dass Design immer eine Konsequenz von etwas ist. Oder eben auch das Design-Dilemma, dass ein Designprojekt nie alles lösen kann und automatisch in sich immer ein Dilemma darstellt. Bis hin eben zu Themen wie sichtbar, unsichtbar, wo es um Daten und DNA-Bereich geht, beziehungsweise Resonanz, wie wir vielleicht zukünftig agieren sollen. Also das Lab versucht wirklich so einen Bogen zu spannen, was sind wichtige Themen von heute. Und im Zuge dessen haben wir natürlich auch die Ausstellungsgestaltung dann übernommen, wobei die Architektur geblieben ist. Also es wurde eigentlich architektonisch nur sehr wenig verändert, was halt gerade notwendig war für die verschiedenen Kapitel. Und wir haben versucht eigentlich über simple Backdrops die Gestaltung neu zu adaptieren. Und was spannend, was schon auch noch spannend ist im Mac Design Lab, ich habe gar nicht so viele Bilder, weil es immer schwer ist, ein Projekt dann rauszunehmen, wenn man eigentlich so eine große Vielfalt hat, war, dass wir versucht haben, aus dem Fundus des Macs, also aus der Sammlung, sehr viele Projekte zu zeigen, die einen historischen Kontext haben, aber eher mehr wie ein Mindmap. Also dass man so Assoziationen freier hat, weniger als dass es so ein didaktischer Zugang ist, okay, man muss jetzt wissen, was da alles vorher war, sondern eher teilweise wirklich freie Assoziationen. Wir hatten zum Beispiel natürlich künstlich haben wir Zeichnungen von verschiedenen Zitronen aus dem 17. Jahrhundert, also Replikas von Zeichnungen und daneben dann Projekte, die sich mit der Genmanipulation, mit der Vielfalt, mit Saatgut auseinandersetzen und eben einfach nur thematisieren, die alten Zitronen, das eigentlich, das ja immer schon Thema war, dass wir Leben verändern auf gewisse Art und Weise, nur die Geschwindigkeit ändert sich. Und andere Beispiele sind eben das iPhone-Display. Da haben wir aus der Sammlung lauter Objekte gesucht, die eigentlich heutzutage in einem iPhone oder halt in einem Smartphone drinnen stecken, sei es jetzt von der Schreibmaschine über das Telefon, über den Kalender, über den Spiegel. Also alles, was man früher als Objekt in einer Sammlung hatte, kann man heutzutage im Smartphone mitschleppen. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass im Smartphone dann innen drinnen ja wieder ganz viele Sparten an Design stecken, die vielleicht im ersten Moment nicht so sichtbar sind, wie App-Design, Grafik-Design, Interface etc., die ganzen Applikationen, die man im ersten Moment dann nicht überlegt, wer macht das eigentlich alles. Und dass genauso viel Design in dem Teil steckt, also im linken und dann auch im rechten, aber der halt nicht gleich so schön in eine Vitrine zum stecken geht. Ein anderer Teil waren dann auch so Citizen-Science-Projekte im Zuge der Neugestaltung. Also es gab zum Beispiel Workshops mit Schulen und die verschiedenen Resultate haben auch ihren Weg in die Ausstellung gefunden. Einer meiner Lieblings-Workshops war basierend auf den alten Figuren von Augarten, das sind so Berufsgruppen, typisch für das 18. Jahrhundert, so Obstverkäufer und Bandler und verschiedene Berufsgruppen auf Märkten. Viele davon, die man heutzutage gar nicht mehr kennt. Und die Schulen haben dann erarbeitet Jobs der Zukunft, also wie vielleicht ihre Berufe in 50 Jahren sein könnten. Und die Berufe wurden dann mit einer Designerin, also nicht mit uns, aber mit einer anderen, als kleine Kostüme gebaut. Und die Kinder haben die dann tragen dürfen und wurden dann 3D gescannt und das wurde dann farbig gedruckt. Und die stehen jetzt so im Dialog mit diesen Augarten-Stücken. Das ist eines meiner Lieblings-Citizen-Science-Projekte, weil es auch so ein bisschen ins Lampenlicht rückt. Was man auch mit Materialitäten und Produktionsmethoden, was sich da eigentlich auch alles tut, sei es jetzt bei den alten Berufen in Porzellan und Hand bemalt und heutzutage die Zukunftsvisionen 3D gedruckt in Farbe und 3D gescannt. Genau, aber ich kann jedem nur ans Herz legen, ins MAC Design Lab zu fahren und sich wirklich dort die verschiedenen Projekte anzusehen. Und es gibt auch eine App, wo man eigentlich auch aus der Distanz viele Projekte anschauen kann. Wenn es interessiert, lege ich es ans Herz. Unter MAC Design Lab App findet man es bestimmt. Aber heute habe ich mir gedacht, ich bringe auch Projekte mit, die ein bisschen damit arbeiten, wie wir im Büro eigentlich gemerkt haben, dass wir total gern mögen, Daten begreifbar zu machen. Das ist etwas, was uns erst die letzten paar Jahre so wirklich bewusst geworden ist, wir aber eigentlich seit dem Beginn unseres Büros immer schon mal dazwischen gemacht haben. Und wir finden es sehr spannend, weil wir damit eigentlich merken, wie sehr Design wirklich auch ein Kommunikationswerkzeug ist, aber nicht unbedingt nur in der Grafik sein muss, sondern auch eben dreidimensionalen viel vermitteln kann. Und dass die Objekte, die man zu Hause hat, eigentlich sehr viel erzählen, wenn man es hören will oder auch mal ein bisschen mehr rauskitzelt, was sie eigentlich erzählen können. Und uns ist eigentlich wichtig, dass man Zahlen und Systeme teilweise visualisieren, weil wir merken selbst, also bei uns im Büro, dass man gewisse Dinge zwar hört und irgendwie versteht, aber trotzdem nicht ganz wirklich begreift. Und ein nicht visuelles Beispiel davon ist zum Beispiel eine Million und eine Billion, bei uns heißt es Milliarde, Entschuldigung, eben man lernt in Mathematik, wie viele Nullen das sind und man liest ständig in der Zeitung, wie viele Milliarden für das und jenes ausgegeben werden. Aber eigentlich, mir ging es so, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Und wenn man Millionen in Sekunden umrechnet, ist es quasi eine Million Sekunden sind 1,5 Wochen. Aber eine Milliarde Sekunde sind 32 Jahre. Das heißt, erst einmal nur diese Übersetzung, also bei mir hat das extrem viel ausgelöst, weil auf einmal habe ich verstanden, was das für ein Zahlenunterschied überhaupt in sich ist. Und es sind aber auch nicht nur Zahlen, sondern noch viel mehr, aber Zahlen beschäftigen uns beispielsweise schon seit 2008. Eins unserer ersten Projekte heißt Relimited, das hat eben 2008 begonnen und ist immer noch nicht abgeschlossen. Also es ist eine Serie an Objekten, wo immer wieder mal was dazukommt. Und es schaut im ersten Climps so aus. Also es sind eher organisch anmutende Dinge. Und es hat begonnen mit einer Recherche, was man eigentlich in der Überflussgesellschaft noch braucht und was ein Designer in der Überflussgesellschaft machen kann. Weil uns war wichtig, eigentlich mal sich die Frage zu stellen, was man hier machen kann. Und vor allem, wir waren damals noch Studenten, wir waren jetzt nicht irgendwo in Indien oder in Afrika oder sonst wo, sondern wir waren da. Und wir wollten wissen eigentlich, wie wir jetzt da auch reagieren können. Und dementsprechend hat sich unsere Mindmap in alle möglichen Richtungen gestretched über Massenproduktion und wie man eigentlich dieses Kurzzeitdenken überkommen kann. Aber natürlich auch Umweltprobleme, Müll, Pollution, Verschmutzung, danke. Und eben, was Design alles machen kann. Aber auch eben Long-Term-Thinking bis hin zu, dass da neue Luxus eigentlich Dinge sind, die man nicht angreifen kann, wie Sicherheit, Zeit, Raum, Stille. Also eigentlich Dinge, die jetzt ganz schwer so in ein Objekt zu fassen sind. Und die Mindmap an sich hat uns nicht gleich so weit weggebracht, aber dann sind wir auch über ein lustiger Quote gestolpert, nämlich, Limited Edition is definitely a product of a time of influence. Und zu der Zeit, das war vor der ersten, also vor der Wirtschaftskrise 2008, da gab es solche, mittlerweile sind es eh die Preise wieder gleich hoch, aber da waren die Preise extrem hoch am Kunstmarkt und wir als junge Studierende haben uns gedacht, wie kann es sein, dass wer für einen Tisch ein paar hunderttausend Euro hinlegt? Wie geht das? Und eben zu der Zeit war auch dieses, dass das Design wirklich limitiert ist und Limited Edition und wir haben uns gedacht, wie kann das sein, dass das jetzt acht Tische sind und nicht zwölf und nicht drei und das war uns irgendwie alles so den Haaren herbeigezogen. Und dann dachten wir, naja, vielleicht kann man unsere Recherche und dieses Zahlenspiel irgendwie auch mit der Realität verbinden und dachten, wir bringen Zahlen und Realität ein bisschen zusammen, weil es gibt genug, was wirklich limitiert ist auf diesem Planeten und das ist zum Beispiel, dass wir natürliche Grenzen haben und die man auch thematisieren kann. Und so ist Real Limited als Konzept entstanden und als Konzepterklärung nehme ich immer gern den Braunbären her, weil es einfach so greifbar ist. 2008 gab es in Österreich zwei Braunbären, Vater und Sohn und unsere Idee war, wenn wir die zwei Braunbären quasi als Sofa repräsentieren, am Kunstmarkt ganz teuer verkaufen, könnte man mit einem Geld vielleicht an weiblichen Bären aus Slowenien oder Italien, die würden dann vielleicht kleine Bärenkinder zeugen und ein paar Jahre später gibt es kleine Babybären und damit könnte man wieder drei Sofas machen und dadurch wird eigentlich Geld, also es wird von Limited to Unlimited und auch jedes Mal, wenn was verkauft werden wird, wird Geld eben für den Erhalt des Braunbärens genutzt werden. Mittlerweile, glaube ich, gilt offiziell der Braunbär in Österreich ausgestorben, aber das war auch gar nicht damals das Thema, weil wir kamen dann drauf, naja, die Bären will eh jeder retten, den WWF hat seinen Panda-Bären und jeder will den Eisbären retten, aber es gibt ganz viele Lebewesen, die eigentlich für das Ökosystem extrem wichtig sind, die aber als Kuscheltier nicht so gut funktionieren. Und wir kamen eben in der Recherche über genau solche Kreaturen, die sind alle auf der roten Liste an vom Aussterben bedrohten Arten in Österreich und wir haben uns eben dann mit Biologen ein bisschen unterhalten und haben dann ein paar ausgesucht und haben dann die erste Edition eben mit dem glattstieligen Stockschwämmchen gemacht. Das ist eine Schwammerlart, die auf natürlich absterbendem Holz wächst, also es braucht einen Baum, der unfallt und verrotten darf, dass das halt wachsen kann, was in manchen Wäldern halt nicht so oft passiert, dass so viel Totholz liegen bleibt und dementsprechend ist das eben vom Aussterben bedroht. Wir haben nach Bildern das dann in Wachs modelliert und in Zinn gegossen und eben ein Regal gestaltet und insgesamt laut Liste gibt es ungefähr Schätzungen, dass eigentlich nur noch ungefähr 220 von diesen glattstieligen Stockschwämmchen geschätzt werden, das es in den natürlichen Wäldern noch gibt und dementsprechend haben wir dann einige eben aufs Regal, auf dem sind glaube ich 18 und in Summe könnte man glaube ich zwölf Regale machen und eben die Summe aller Schwammerl auf den Regalen ergibt genau die Summe an Schwammerl, die man theoretisch im Wald finden könnte und jedes Mal, wenn wir ein Regal verkaufen, geht ein gewisser Prozentsatz an den Naturschutzbund in Österreich, der wiederum, die hatten mal ein Projekt, das hieß Baumpension, mittlerweile gibt es das nicht mehr, aber im Prinzip machen wir es jetzt so, dass meistens das Geld dann an Projekte wie Naturfreikauf gehen, was einfach darum geht, dass man Natur stehen lässt und fertig aus. Die zweite Species, die wir dann porträtiert haben, war Marumba Quercus, eine Mottenart, die eigentlich relativ groß ist, bei Eichenschwärmern, von dem gibt es schätzungsweise 850, oder damals, muss man auch dazu sagen, 2008, 850 Einzelexemplare, natürlich sind das Brütungszyklen und alles schwierig zum abschätzen und wir haben aber dann die 850 in Kupfer schneiden lassen, Kupfer aufgrund der Färbung des Falters und auch jeder hat eine einzelne Nummer, die eben stellvertretend für eine in der Natur und ein bisschen über 200 gemeinsam ergeben eben eine Lampe, die wie die Motten zum Licht eben sich da rumflattern. Genau, und mittlerweile haben wir schon einige Motten, also Nachtfalterarten porträtiert, der Biologe hat immer gemeint, wir sollen bitte Nachtfalter sagen, weil Motte ist so negativ behaftet. Also haben wir Nachtfalter, mehrere Nachtfalterarten in unterschiedlichen Metallen schon produziert und es ist auch da spannend, weil bei den meisten sind die Schätzungen, wenn sie mal vom Ausstehen bedroht sind, liegt die Schätzung bei 1200. Und das ist auch wieder so ein, was sind es eigentlich 1200, weil wenn man es genau überlegt, kann das so viel sein oder so viel, man hat eigentlich überhaupt kein Gefühl dafür. Und für eine Ausstellung im Kunstraum in Wien hatten wir einfach mal die Möglichkeit, dass wir wirklich eine ganze Population, damals haben wir gewählt die Cuculia Tanaceti, die gibt es an zwei verschiedenen Orten in Österreich und die haben auch keinen Austausch mehr, weil da kein Naturkorridor ist. Zumindest sind da Schätzungen, dass es eben 1200 Einzelexemplare wahrscheinlich gibt und dann haben wir die eben in einen Raum gepappt und auf einmal steht man da und merkt, was 1200 von einer Art eigentlich wirklich heißen. Und das war schon spannend zu sehen, weil eigentlich alleine dieses Sichtbarmachen generiert gewisse Emotionen, man reagiert dann anders drauf, als wenn man in einer Zeitung liest 1200 von dem und dem. Und was uns auch bei unseren Projekten aber wichtig ist, dass man nicht nur jetzt einen Labeltext hat und dann wahrscheinlich vielleicht versteht, um was es geht, wir versuchen schon auch bei den Objekten die Gedanken zu leiten. Also was oft passiert, wenn wir es eben bei Galerien zeigen, die erste Reaktion beim Messen ist, dass jemand kommt und sagt, so eine schöne Schmetterlingslampe. Was total okay ist, weil wenn wer Schmetterlinge will und die Lampe kauft und wir Geld für den Naturschutz haben, auch okay. Aber meistens, wenn man dann genauer schaut, erkennt man eigentlich schon, dass die Form eher Richtung Nachtfalter geht. Aber dann gibt es natürlich auch die Nummer und dann fragen die Menschen meistens, warum ist denn eigentlich eine Nummer oben? Und durch das kommt man eigentlich ins Reden und versteht ein bisschen mehr. Und bei der Lampe selbst zum Beispiel gibt es auf der Fassung dann genau die Listung, wie viele bei dieser Lampe verbaut sind von einer Gesamtpopulation und man kann sich dadurch schon auch ein bisschen erarbeiten, was die Arbeit eigentlich erzählen möchte. Im Zuge des Projekts haben wir dann im letzten Jahr auch schon angefangen, Pflanzen zu porträtieren, weil es sind nicht nur Schwammerl und Falter, sondern eben auch Pflanzen, die mittlerweile vom Aussteigen bedroht sind. Das ist eine Grasart, von der gibt es schätzungsweise, Thomas hat es mir auf ein Post-it geschrieben. Wir könnten fünf von diesen Tischen machen, ich glaube auch so circa 250 einzelne Büschel werden geschätzt von einer Biologin, das noch existieren. Auch da, diesmal haben wir eben dann, für uns ist schon wichtig, dass das immer noch ein Objekt bleibt, also in dem Fall ist ein Tisch beziehungsweise ein Hocker hat ungefähr die Höhe. Es gibt auch noch ein Tablett, dass man Dinge draufstellen kann und nicht alles gleich ins Raster reinfallen. Und auch da wieder das Detail mit den Nummern, die wiederum repräsentieren, eben wie viele eigentlich da sind und auch stellvertretend für ein Exemplar, das noch lebt. Und dann haben wir uns auch noch einem Fahn gewidmet, von dem gibt es auch circa 200 Stück. Und der Fahn ist spannend, weil er wächst nur zwischen einer gewissen Gesteinsart in den Glissen dazwischen. Wahrscheinlich nimmt er irgendwelche Metallverbindungen irgendwie auch noch dazu auf. Sonst könnte ich es mir jetzt nicht erklären, warum der genau zwischen Steinen wächst. Aber so hat sich dann ergeben, dass wir dann Vasen damit gemacht haben, weil wir irgendwie auch diese Verbindung zu diesem Stein und diesem Glissen darstellen wollten. Genau, aber irgendwie beschäftigen wir uns nicht nur mit Zahlen, sondern mehr und mehr auch mit Material, weil wir auch draufgekommen sind, dass wir als Designer schnell Dinge mal so annehmen. Weil wenn ich schnell an Stoff und Metall denke, und ich würde Sie jetzt alle bitten, auch ganz kurz an Stoff und Metall zu denken, denkt man meistens an einen Ballenstoff und das Metall, wie man es vielleicht im Metallhandel kaufen würde. Und es ist aber irgendwie erschreckend, weil eigentlich sollte man ja bei Stoff an die Ressource denken, wo es eigentlich herkommt. An ein Feld oder eben in dem Fall, wenn es Wolle wäre, an Schafe, beziehungsweise beim Metall eigentlich an Steine oder eine Mine, wo das Zeug eigentlich herkommt. Und es ist für uns auch immer wieder erstaunlich, obwohl wir jeden Tag mit Materialien arbeiten im Büro, dass wir so wenig eigentlich wirklich wissen, woher die Dinge kommen und wie viel da drinnen steckt in der Herstellung. Und uns kommt es so vor, dass wir alle mittlerweile den Ursprung und die Herstellung von Materialien irgendwie so als ganz selbstverständlich wahrnehmen und gar nicht mehr so wirklich reflektieren. Und das wird für unsere Arbeit immer wieder interessant. Beispielsweise haben wir einmal Papier im Büro gemacht. Wir waren extrem enttäuscht, weil mit den Mitteln, die wir hatten da in Wien mit den Gräsern, war unser Papier so und es war steinhart und sehr uneben. Mit einem Kugelschreiber hätte man nicht draufschreiben können, vielleicht mit Tinte schon. Das heißt sogar, so ein weißes Papier ist eigentlich eine technologische Errungenschaft und wir nehmen es einfach so schnell her und schmeißen es in den Papierkorb, weil es halt da ist. Und das ist spannend, weil es gibt zum Beispiel, die haben auch im Design Lab drinnen, die Pyramid of Technology by Next Nature. Und das ist so eine Überlegung, dass jede Technologie eigentlich von jemand erdenkt und irgendwann ein paar Jahrtausende später, je nachdem, wird es dann so natürlich wahrgenommen, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, dass das eigentlich eine technologische Errungenschaft ist. Beispielsweise die Kontrolle über Feuer. Wir wissen, wir nehmen Feuer so für wahr und irgendwann aber für irgendwelche Steinzeitmenschen war das ja die Technologie schlecht weg. Und es ist auch spannend, weil die argumentieren halt, naja, jetzt haben wir die Smartphones und wir nehmen die auch schon immer mehr und mehr so als gegeben wahr und die waren immer schon da und wir können uns das gar nicht mehr ohne vorstellen. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Überlegung. Eben wann was akzeptiert wird und wann was so irgendwie in sich aufnimmt, dass man es gar nicht mehr als was Neues wahrnimmt. Und deshalb war, ist uns bei einem Projekt jetzt eben das Verhältnis Rohmaterial zum finalen Objekt total wichtig geworden und das Projekt heißt Ratio, das haben wir 2020 gemacht. Und es hat begonnen, das war in Kooperation mit Mao, das ist ein Museum in Lubiana und einer Ausstellungsreihe, die hieß Made in Crafts Design Narratives. Das war eine Kooperation aus mehreren Instituten, also Mao war dabei, aber auch der Prägenzer Wald und ein paar andere Ausstellungshäuser in Osten. Und die haben immer verschiedene Designer gefragt, was sie mit gewissen Handwerksbetrieben machen täten und haben auch Workshops zum Thema Handwerk gemacht. Und uns haben sie eingeladen und uns gefragt, mit was wir gern arbeiten würden. Und irgendwie sind wir dann bei einer Exkursion, haben uns mehrere Handwerksbetriebe angeschaut und wir sind dann bei Steinen und bei einem Steinmetz gelandet, weil wir noch nie mit Steinen gearbeitet haben und dachten, spannend, lass uns mal mit Steinen arbeiten. Und im Zuge dessen haben wir irgendwie auch realisiert, dass interessant ist, dass Steine zwar überall sind, aber auch Steine ganz viel beinhalten. Und so hat sich irgendwie dann langsam ein Projekt ergeben, das sich angeschaut hat, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Steinarten in Slowenien. Und dann hatten wir auch ein ganz tolles Gespräch mit dem Direktor vom Geologischen Institut in Lubiana. Das war total faszinierend, weil am Anfang bei mir war es immer so, Steine sind Steine. Ich muss verstehen, ich hatte nicht so eine Offenbarung für die Geologie. Aber dieser Institutsleiter, der hat von sich poetische Aussagen getätigt, die waren überwältigend. Und eine davon war, und die ist eigentlich so banal, what we cannot grow, we have to mine. Und wenn man wirklich im ersten Moment darüber nachdenkt, denkt man sich, eh klar. Aber wenn man dann wirklich darüber nachdenkt, kommt man darauf, das ist wirklich viel, was irgendwann einmal ein Stein war. Und darum haben wir dann beschlossen, wir würden gerne diese Möglichkeit, mit einem Steinmetz zu arbeiten, nutzen, dass wir ein bisschen darüber reden, was zu den Steinen drinnen steckt. Und haben uns dann aber auf Metalle fokussiert, weil natürlich man hätte auch jetzt über Marmor reden können oder über Porzellan etc. Aber wir haben uns dann auf Metalle geeinigt und haben dann nochmal mit dem Geologischen Institut Rücksprache gehalten, wo es einmal Minen gab, wo wirklich mal Erze abgebaut wurden und haben uns dann von innen ungefähr auch die Menge an Metall in diesen Erzen schätzen lassen. Also, weil man kann natürlich die Minen damals in Slowenien nicht ganz vergleichen mit Minen heutzutage in Australien und Brasilien, weil halt natürlich die Relation zwischen, wie viel Metall steckt in dem Erz ein bisschen ein anderes ist, aber nicht so weit, ich meine ja, weniger, aber nicht so weit weniger. Und haben uns dann eben die Mengen geben lassen und haben dann gemeinsam mit Benno Ogrin, das ist ein ganz toller Steinmetz, in Slowenien Steine gesucht, aus den diversen Regionen, die gewisse Metalle enthalten und eben eine Kollektion designt. Da sieht man so vier Steinbohrungen aus den Steinen und dann eben die Daten, die wir vom Geologischen Institut hatten, wie viel Metall drinnen steckt, wenn man jetzt diesen Stein einschmelzt. Das heißt, es hat variiert bei Aluminium von 24 Prozent für Aluminium bis hin zu 0,8 Prozent bei Zink. Und man sieht da schon eigentlich, was 0,8 eigentlich heißt und 25 Prozent und das haben wir dann probiert auch in Möbel zu bringen und haben eben die Daten genommen und die haben uns geholfen, das Design zu definieren. In Summe haben wir dann fünf Objekte gestaltet. Jedes davon hat eigentlich einen gleich großen Brockenstein und jeder Stein enthält ein anderes Erz und wenn man diese Menge an Stein prozessieren täte, also diesen einen Brocken prozessieren täte, würde man die gleiche Menge an Metall kriegen, die mit dem Objekt gezeigt wird. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Das heißt zum Beispiel bei Zinn, bei Zinn ist 0,8 Prozent in dem Stein enthalten, das heißt wir konnten dann eben so einen kleinen Haken biegen und der kleine Haken wäre in diesem Zinnblock, wenn man es einschmelzt. Bei Kupfer war es ein bisschen mehr, das heißt diese kleine Platte, die oben so als Tischchen-Andeutung mit einem anderen Stein gehalten wird, ist eben die Menge an Kupfer. Bei Eisen ist schon ein bisschen mehr, weil Eisen hat 16,5 Prozent, das heißt wir haben dann einen Stainless Steel Mirror, einen Edelstahl, danke, poliert, so stark poliert, dass er fast schon wie ein Spiegel wirkt und einen Spiegel draus gemacht und eben dann auch sogar noch mit einer Ligierung gespielt. Wir haben Bronze, eben Kupfer und Zinn, zwei Steine miteinander auch noch dargestellt, wie viel Bronze man eigentlich draus kriegt. Und das Spannende war eigentlich wirklich mal diese Relation vor Augen zu haben, weil natürlich das spricht jetzt nicht nur für diesen Tisch, das gleiche gilt ja für eine normale Schraube auch. Und mit dem Projekt selbst haben wir dann auch vier, wir nennen es Inspirationsbücher ausgestellt, weil es ging natürlich ja nicht nur um das Verhältnis von wie viel Metall im Stein, sondern in einer Linie auch darum, was eigentlich der Steinmetz mit diesem Brocken macht, damit dann überhaupt so ein schöner Tisch raus wird. Das heißt, das erste Buch der Serie war eben From a Stone to an Object und hat dann über mehrere Seiten erklärt, ein bisschen was da alles drinnen ist in der Arbeit von diesem Steinmetz, um dieses Objekt zu machen. Dann das zweite Buch war Nothing is ever lost. Da ging es auch eigentlich eine Aussage vom Direktor vom Institut und eigentlich auch total logisch, weil es geht halt darum, die Erdmasse ist immer die gleiche, egal was wir jetzt draus machen. Wir verändern ja an sich die Masse des Planeten nicht, aber natürlich bewegen wir ständig diese Steine von A nach B und verändern sie. Aber zeitgleich, wenn man es wieder verharmlosend sagen will, wird auch nichts verloren gehen. Wir werden nicht mehr sein, aber der Bus wird verrosten und irgendwann wieder Eisen werden oder immer noch sein, aber was ja auch irgendwie wieder nett ist. Dann gab es ein Buch, This used to be a stone, wo eigentlich nur Bilder drinnen waren, die vor Augen führen, was eigentlich alles rund um uns aus Stein kommt und ist, eben sei es jetzt vom Porzellan, von den Stiegenhäusern, von allen Infrastrukturen, wenn man nur an Schienenzüge etc. denkt, bis hin zum Smartphone, bis hin zu einer Batterie, ist eigentlich alles irgendwann einmal ein Stein gewesen und wurde prozessiert und ist halt jetzt das, was es ist. Und das letzte Buch in der Serie war dann eben There is no small mine, was ein bisschen versucht zu thematisieren, dass der Mensch sich zwar immer schon diesen Nutzen von Steinen, eben die Steine nutzt, aber die Geschwindigkeit sich einfach wirklich ändert, weil aufgrund von manuell versus Maschine einfach ganz andere Mengen möglich sind, bis hin zu eben, dass dadurch ganze Landschaften sich verändern und einfach anders werden. Genau, das war Ratio. Und dann sind wir eben, wenn man zurückblickt auf unsere Arbeiten, ist uns dann auch aufgefallen, es sind nicht nur Zahlen und Materialien, eigentlich auch Arbeit kann man irgendwie visualisieren und darstellen. Das war bei dem Projekt Day-by-Day-Rug der Fall, das war 2014, haben wir einen Anruf bekommen von Nodus Rugs, also von Andrea, dem Gründer und Besitzer der Firma. Das ist eine italienische Teppichfirma, die weltweit mit Handwerksbetrieben Teppiche herstellt. Und von Knüpfen, Weben etc. Und er hat gemeint, wollt ihr einen Teppich designen? Und wir haben uns gedacht, haben wir noch nie gemacht, warum nicht? Und er hat gemeint, eigentlich können wir jede Grafik machen, die wir wollen. Und wir haben uns dann gedacht, ja, okay. Und dann haben wir uns aber gesagt, wir sollen uns ein bisschen mal erzählen, was die verschiedenen Arten sind, weil je nach Region der Welt gibt es ja unterschiedliche Handwerksarten. Und dann hat er uns irgendwie ein paar Teppiche gezeigt und die waren handgeknüpft in Nepal. Und dann hat er gemeint, ja, der Teppich, der braucht, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, ein halbes Jahr. Und der Thomas und ich haben uns angeschaut, was? Im Sinne von, eigentlich, man weiß zwar, dass es Handarbeit ist und sehr lange dauert, aber man weiß eigentlich de facto nicht, wie lange. Und natürlich hat es auch was damit zu tun, wie die Knüpfdichte ist und, und, und. Aber wir dachten, eigentlich wäre es interessant, dass man genau die Information dem Objekt gibt, weil dann kann der Konsument oder der zukünftige Besitzer das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, was da eigentlich für Arbeitsleistung reingeht. und haben dann beschlossen, wir hätten gerne ein Design, wo man ein bisschen ablesen kann, wie viel so ein Knüpfer, eine Knüpferin am Tag arbeitet und wie viel da hineingeht in einen Teppich. Und wir haben vorgeschlagen, ein Grid, das haben wir uns dann so von Zellstrukturen inspirieren lassen, in Zelle wie das Leben, Zelle wie die naturgefärbte Wolle dort in dem Fall. Und haben eben dieses Template hingeschickt und gemeint, außen und die schwarzen Linien sollen es doch bitte in so einer dunklen Farbe machen. Und dann je nach Tag soll der Vorarbeiter denen immer zwei Farben geben und die sollen es einfach immer hell-dunkel, hell-dunkel anfühlen. Und dadurch kann man vielleicht ablesen, wie das ausschaut. Und der erste Versuch war ein bisschen noch eine Kommunikationsproblematik, aber der zweite hat dann wirklich funktioniert und eben so schaut der Teppich nach einem Tag aus, so dann nach zwei, nach drei, nach sechs, so dann eben nach 18 Tagen und irgendwann hat man auch den finalen Teppich und eben diese subtilen, oder so subtil sind es nicht, die Linien, die unter diesem Grid liegen, sind eben immer ein Tag an Arbeit für einen Knüpfer. Es beinhaltet natürlich nicht, dass man eigentlich die Wolle vorher noch herstellen muss und färben, beziehungsweise auch diesen Webstuhl vorbereiten muss und nachher auch den Teppich runternimmt und wascht und auch schneidet. Das ist alles nicht drin, es geht wirklich nur um die Knüpfzeit. Und natürlich kann man sich auch, man wundert sich dann vielleicht auch, wieso ist der eine Streifen weniger groß und der andere länger, natürlich ist das auch ein bisschen gegeben aufgrund der Form des Teppichs, also da ist es natürlich ein bisschen breiter, weil der Teppich schmäler ist, aber dann gibt es natürlich dieses Rhythmus und dadurch wäre auch jeder Teppich unterschiedlich, basierend auf die Arbeitsdauer des jeweiligen Knüpfers oder Knüpferinnen. Da sieht man auch schon im Detail, also die Netzstruktur ist ein bisschen erhabener als der Rest und es gibt auch mehrere Größen, beim Kleinen arbeitet nur eine Person, beim Größeren arbeiten zwei nebeneinander, zwei nebeneinander, weil das war auch lustig. Wir dachten ursprünglich, es ist total spannend, wenn man sieht, was eine Person schafft, aber dann haben sie uns erklärt, naja, aber das ist total unlogisch, dann müsste ich die ganze Zeit nebenbei hupfen. Dann dachte man, das ist auch nicht nett und dementsprechend ist beim großen Teppich dann zwei. Und was aber total spannend war, bei der ersten Präsentation in Mailand ist dann jemand zu uns hinkommen und hat gemeint, müssen wir jetzt schneller arbeiten? Und wir haben das total spannend gefunden, weil wir waren dann so ganz kurz so, wir wissen, und wir sind dann zum Andrea und haben gesagt, müssen wir jetzt schnell arbeiten? Und der Andrea hat dann gemeint, nein, nein, also bei den meisten Betrieben ist es so, die wissen eh, wie schnell ihre Arbeiter sind, da geht es nicht darum, wer wie schnell ist, sondern eigentlich um die Qualität und was sie tun. Und was wir aber dann spannend fanden, war, die Frage kann man bei jedem Teppich fragen, müssen die jetzt schnell arbeiten? Weil nur wenn man sie einmal sieht und einmal nicht sieht, heißt das ja nicht, dass man deshalb die Frage nicht stellen kann. Und das fanden wir eigentlich spannend, weil wir diese Information geben, eigentlich ein gewisses Level an Empathie entsteht und dadurch auch die Leute ganz anders dann nochmal zu dem Objekt drüber nachdenken. Und das fanden wir wirklich für uns total bereichernd. Eben jeder Teppich kriegt dann auch ein Lederlabel, wo auch draufsteht, wer es gemacht hat und wann der Knüpfstart war und wann sie es wirklich dann vom Webstuhl runtergenommen haben. Und uns geht es ein bisschen darum, es erleben und verstehen, einerseits wenn man was zu Hause hat, aber jetzt kommen wir auch drauf, warum wir auch manchmal ein bisschen, warum wir öfters auch interaktive Installationen machen, weil durch die interaktiven Installationen kann man manchmal so ein Erlebnis haben, was man ganz anders abspeichert. Und da habe ich jetzt ein Beispiel noch mitgebracht, das ist die Curiosity Cloud, die ist 2015 entstanden und ist eine interaktive kinetische Soundinstallation, die ist entstanden für das Champagnerhaus Periget, mit denen wir mehrere Projekte eigentlich realisieren durften. Und es fing damit an, dass sie zwei Jahre davor haben wir angefangen, an einem Projekt zu arbeiten und es ging immer darum, dass Periget, die haben ein sehr, sie nennen es ein bisschen Jugendstilerbe, weil zum Beispiel die Anemone auf ihrer Vintage-Flasche geht zurück auf Emile Gallet, einen französischen Jugendstilkünstler und sie haben auch eine extrem große private Jugendstilsammlung und die Aufgabe war ein bisschen, wie kann man diese Idee des Jugendstils ins 21. Jahrhundert bringen und somit ein bisschen die Firma vermitteln und jemanden anders näher bringen. Und da waren für uns dann so Inspirationen, waren einerseits Ernst Heckel, die Formen der Natur, das ist kurz vor der Jahrhundertwende, also 1898 oder so, rausgekommen und war Inspirationsquelle für Eifel und andere Architekten zu der Zeit und was spannend war, da war ein bisschen Fantasie gemischt mit der Recherche von damals und es war so künstlerisch angereichert, aber doch mit wissenschaftlichem Hintergrund und das hat uns sehr fasziniert und eben diese Artenvielfalt und andererseits dachten wir bei Champagner, bei Champagner geht es immer um einen Moment und meistens auch so, man trinkt ein Champagner und ist ein bisschen melancholisch, weil kaum cheers man denkt, man ist ja gleich wieder vorbei oder zumindest uns ist es so dabei gegangen und dann dachten wir, das wollen wir genau diesen Moment, wollen wir einfangen und dachten uns, ja was ist, wenn wir versuchen eben diesen Moment in der Natur, wenn man Reh sieht und kaum sieht man es ist weg, wenn wir das versuchen einzufangen und haben eben ein Projekt gemacht, das hieß Ephemera und das war ein Tisch, der mit Intarsien gespielt hat und die Intarsien waren einerseits ein bisschen, haben lebendig erschienen, aber kaum ist man dem Tisch näher gekommen, waren sie flach und haben eigentlich, der Tisch hat so eine Funktion offeriert und das Projekt ist sehr gut angekommen und dann war eben die Nachfrage, könnt ihr uns nochmal so etwas ähnliches machen, aber anders und das war ein total schönes Kompliment und wir haben uns total gefreut, weil die Kooperation wirklich super war mit ihnen und haben dann überlegt, naja, was könnte man machen und eben bei Ephemera, man sieht da ein bisschen was und auf unserer Website gibt es noch mehr, sind wir auf Pflanzen eingegangen und so Pflanzenmotive im Jugendstil und dann dachten wir, naja, vielleicht können wir was mit Insekten machen, weil im Jugendstil, also im französischen Jugendstil, muss man ja vielleicht dazu sagen, wenn man sich die Arbeiten anschaut, ist alles voller Insekten, also da ist da mal ein Nachtwalter und dort mal eine Bälle, das heißt es wimmelt so von kleinen Kreaturen und wir wollten genau das ein bisschen einfangen, aber auch vielleicht diese Idee von diesem Moment in der Natur reinbringen und haben dann vorgeschlagen, dass wir Insekten in Glasglocken geben und wenn man dann in die Nähe kommt, wollen die wegflattern, aber sie können nicht, weil das ist in einem Museum und sie werden so beschützt von Menschen, aber auch weil sie beschützt sind, können sie nicht weg und das ist so eine Ambivalenz, so man protect, also man schützt, aber irgendwie sind sie auch nicht frei und der Museumskontext war gegeben aufgrund der Tatsache, dass sie gemeint haben, das Projekt wird im VNA, also im Victorian Albert Museum in London gezeigt und dann war eben unser Vorschlag, so könnte es ausschauen und natürlich, man sagt, okay, wir machen ein paar hundert Glasbalbs für diesen 60 Quadratmeter Raum und dann waren wir so, naja, wie viel brauchen wir denn wirklich und im Büro war es dann so, dass wir angefangen haben, mal mit Luftballons abhängen, damit man mal so ein Gefühl kriegt, wie viele braucht man, damit man ein Raumgefühl kriegt, dass man da wirklich wo durchschreiten kann und so haben wir irgendwie dann definiert, es wären 265 und dann war es auch so, naja, wir haben zwar gesagt, wir wollen da Insekten reinhängen, aber ein Teil war auch so, dass wir gemeinten, ein Drittel davon sollen ausgestorbene Insekten sein, die Seidenart Nouveau ausgestorben sind, das heißt, es war auch klar, wir können da jetzt halt irgendwas reinhängen, sondern wir müssen das selber nachbauen können, damit das auch, erstens, damit wir die Anzahl hinkriegen, zweitens, damit wir uns aussuchen können, welche Insekten etc., das heißt, wir haben dann im Büro auch angefangen, Insekten zu bauen und produzieren, zeitgleich waren es dann auch irgendwann bewusst, wir müssen das Ding als erstes aufbauen, weil sonst kann man, man kann sehr viel am Computer, aber wir können zum Beispiel nicht wirklich voraussehen, wie das eigentlich sich dann anfühlt, wenn man wo durchgeht, welche Höhe das braucht und vielleicht gibt es Renderer, die das wirklich können, aber in unserem Fall war es, wir bauen es lieber und manuell schauen wir dann, wie es passt und genau, das waren dann die Prototypen für die Insekten, eben aus verschiedenen Kategorien ausgestorben, sehr gängig, also die, die der Mensch im Nächsten schnell auch benamsen kann, also Marienkäfer, Zitronenfalter und dann auch neu entdeckte Arten, um eben so eine Bandbreite zu zeigen und so hat es dann im VNA ausgesehen und jetzt erzählen wir das in einem Video und ich kann einmal kurz was trinken. Ich bin Anna Mischof und neben mir ist Mischof Traklaz und zusammen wir haben ein Video called Mischof Traklaz. Ja, wir sind hier in London in der Normal-Klaz Musikroom und behind uns ist die Installation called Curiosity Cloud, which is the latest project we did in the collaboration with Karier Schwedt. Es ist ein Insected Installation, 254 Glass Spouts, und sie all posten als Artificial Handmade Insects. Und wenn man wirklich in der Installation kommt, die Insects in die Belze, dann starten ein bisschen afraid und starten moving. Die Installation kommt, dass die Insects in die Belze, dann geht es um die Insects und die Insects. Die Installation gibt es 25 verschiedene Spezies, die all referieren zu realen Spezies in der Natur. Wir wollten uns auf Insects, weil in Arten World, da gibt es viele Insects in Marca-Train in der Natur. Die Nachrichts in Marca-Train, die Insects in Marca-Train, die in der Natur ist wie noch Amt Meer und die Insects in Marca-Train, die in der Natur, in der Natur, was die Ein Economic Wie haben Sie schon, dass die Insects in Marca-Train und die Nachricht abgeschaltet Wir hoffen, dass die Zuschauer in der Runde in der Runde zufrieden werden. In der Inflation ist sehr wie in der Drehung. Es gibt all diese Elemente, all diese Rindlinge Sound. Das macht wirklich ein Magical Moment. Genau. Was für uns besonders spannend war, ist, das Projekt haben wir dann in London eben im VNA aufgebaut und in England gibt es ja die Policy, dass man eigentlich ja in die Dauerausstellungen von fast jedem Museum einfach gratis rein spazieren kann. Und in unserem Fall war das dann so, dass neben einem VNA gerade so eine Baustelle war und in der Mittagspause sind dann sogar die Baustellenmänner in Montur in die Ausstellung gekommen und du hast so gemerkt, egal wie alt, egal von welchem Hintergrund irgendwer kommt, die werden da drinnen zu Kindern und fühlen sich so überrascht und hinterfragen auf einmal ihre Verbindung zur Natur und zu Insekten und auf einmal kamen Fragen wie, sind wir, am I toxic? Also so ganz, ganz, ganz eigenartige Reaktionen und eben genau das ist für uns eigentlich die schönste Belohnung, wenn ein Publikum dann so überrascht reagiert und eigentlich dann auch eine Erinnerung mit nach Hause nimmt. Weniger als ein Stück, aber eher diese Erinnerung an diesen Moment und wir hoffen eben, dass genau solche Erfahrungen auch manchmal die Sichtweise auf gewisse Themen ändert, einfach weil man dann ein bisschen einen Eye-Opener oder ein bisschen einen anderen Blickpunkt drauf hat und dann vielleicht zukünftig auf manche Themen ganz anders reagiert. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Katharina. Also ich bin hin und weg in Schleske, ganz dort vielleicht auch, weil diese Datenvisualisierungsgeschichte also so ein Ränkelstecken fertig ist, wie manche vielleicht wissen, ich rechniere immer wieder vorbegegen der Hinsicht in den Weißraum, reibe euch, um sich frei zu erwarten und bin nun so erstaunter und erfreuter, dass es Platz hatte. Ich gebe einfach gleich ins Publikum, wer hat Fragen? Dann fange ich an, aber ich weiß gar nicht, wie Sie formulieren sollen. Also ich finde es total spannend, dass ihr so so ästhetische Ausdrucksformen für diese Fakten und Daten findet, aber beinhaltet es auch, wie gut, oder mir kamen dann mein Gedanke, vielleicht ist da einfach die Gefahr, dass es dann bei dieser ästhetischen Ebene womöglich bleibt, weil wir sind ja, wenn es um Wissenschaft geht, ganz andere Lesauten, wir sind ganz andere Bilder gewohnt, ganz andere, die mitunter auch furchtbar furchtbar sind, also wir alle wollen keine Excel-Files und so lesen, aber trotzdem ist es ein ungewohnter Blick auf so wissenschaftliche Daten und wenn man jetzt so eure Fotos sieht, ohne Erklärung, dann hat man ja nicht im Ansatz, was da dahinter steckt. Also kommt man da auf eine Grenze oder ist es mitunter auch eine Problematik, diese Übersetzungsformen? Also in erster Linie wollen wir ja einfach Objekt, also für uns ist der Anspruch das meistens, wir tun uns extrem schwer mit einem weißen Blatt und mit einem macht es irgendwas. Und meistens kommt das erst ein Konzept rein, damit wir uns eigentlich auch irgendwo anhalten können und manchmal kommen dann eben auch diese wissenschaftlichen Daten, und manchmal, ich glaube eigentlich, ich würde fast behaupten, das ist ein bisschen so unser Strohhalm zur Gestaltung, weil wir nehmen eben, das gibt so viele Parameter dann vor und so ergibt sich automatisch das Design und uns ist natürlich wichtig, dass eigentlich am Schluss das Ding stimmig ist und natürlich, wenn man dann das andere noch erfahren kann, wir sehen das ein bisschen wie mehrere Schichten. Das heißt, ganz vorne steht dieses Objekt und im Idealfall gefällt es jemandem, dass man es sich überhaupt anschaut. Und dann gibt es vielleicht eben ein Detail, damit man sich denkt, da ist vielleicht noch mehr dahinter und dann liest man vielleicht mal den Text oder taucht weiter da und dann gibt es eben diese Schicht dahinter, wo man dann, wenn man will, eben erfahren kann, hey, da geht es um aussterbende Arten oder hey, da geht es um die Verhältnisskeit von dem und dem. Und eben dann kann man sich das eigentlich leicht finden, aber wenn man es nicht findet und das Objekt trotzdem mag, ist es auch vollkommen okay. Genau, für uns können sie genau unabhängig existieren, aber ich glaube, wir könnten sie nicht unabhängig voneinander kreieren. Und was ist jetzt dann großartig, oder wie ist es jetzt doch großartig in einem Ausstellungs-Setting? Also welche Objekte gibt es da welche, die wirklich in Serien gehen, die auch dann als, wie soll ich sagen, Industrie-Produkte, also mit Massenprodukten, aber die wo es eine kleine Serie gibt? Oder ist es doch immer sehr, würde ich eingeschränkt da? Es ist eher eingeschränkt. Wir haben ein paar Sachen dann mit Galerien. Eben, der Teppich ist eigentlich ein Serienprodukt, aber natürlich, das ist eher ein höherer Preissegment, dementsprechend ist es jetzt auch nicht für alle gleich so fürs Wohnen, also ich meine, gerne. Ja, wir hätten es natürlich gerne auf einer größeren Ebene, aber dann hat man natürlich auch gleich wieder andere Parameter, die man dann in Kauf nehmen muss. Weil wir haben zum Beispiel eine, leider jetzt nicht mehr in Produktion, aber wir hatten eine Obst- und Gemüseschalen-Serie, in Produktion, da ging es um so Abdrücke, im Direkt ja auch eigentlich, was essen wir, gibt wieder vor, wie die Gestalt von einem Objekt ist. Und da war es spannend, weil in der Produktion war dann die Diskussion, naja, aus welchem Material, wer, wo, produziert es? Und dann kommen auf einmal schon so Parameter rein, wo man dann vorsichtiger agieren muss, also wenn man bei einer Galerie eher eine kleinere Menge hat, ist halt der negative Impact tendenziell nicht gleich. verhaut, weil kann nicht so viel schiefgehen, als wenn man jetzt in China fünf Millionen davon produziert. Und eben das ist halt auch so ein bisschen dieses Design-Dilemma, von dem wir auch vom Marktdesign-Lab geredet haben. Weil in der Ausstellung haben wir eben auch eine Schale, weil damals war es auch so, wir wollten mit der spanischen, also produzierenden spanischen Firma, die in Madrid, die dann lustigerweise mit einem Hersteller, der normalerweise heiligen Figuren herstellt, produziert hat, wollten wir eigentlich ein biologisch abbaubares Harz benutzen. Und das war dann nicht möglich, weil es kein Zertifikat gibt, dass das Lebensmittel echt ist weltweit. Das heißt, wir haben dann schon so ein bisschen rausgekitzelt, wie könnte man das eigentlich auch mit einem Umweltgedanken anders machen, aber dann sind wir gescheitert an einem Zertifikat. Und ich glaube, genau da tut man sich einfacher, wenn man im Museum ein Stück hat, dass man schnell viel richtig macht, als wenn man eine Million Stück wirklich richtig machen muss. Und da will ich also Hut ab vor denen, die in großen Mengen das richtig schaffen. Dann muss man sich da noch anderen Themen stellen. Genau, also, ja. Ja, das ist ja ein klares Thema. Bitte, es ist in Zwischenvergabe auch. Ja, bitte. Meine Frage würde eigentlich fast an das Anschließen. Ich habe mir, also, ich finde die Arbeiten voll spannend und voll interessant, vor allem bei der Theologie, da hat es mich auch sehr eingetroffen. Was ich mich noch gefragt habe, beispielsweise bei den Regalen mit den Pilzen, ob es nicht irgendwie widersprüchlich ist, was zu machen, um der Natur zu helfen quasi, also um Lebewesen zu helfen, die auf der Rote Liste zu stehen und dann gleichzeitig Materialien zu verwenden, die aber dann wo abgebaut werden, wo durch die Natur wieder darunter leidet. Also, ob das, was mich passiert hat, auch so Fragen sind, die dann auch gestellt werden, so, okay, um welche Materialien verwenden wir jetzt, um nicht unseren eigenen Ideen zu widersprechen. Nein, das war schon immer Thema. Und ich meine, in erster Linie, wenn man genau den ersten Teil der Frage, würde ich sagen, man muss voll aufpassen, weil sonst dürfte man irgendwann gar nichts mehr machen. Und natürlich muss man seine eigene Balance finden. Beim Zweiten, eben welche Materialien wir benutzen, das war total Thema. Weil zum Beispiel bei den Nachtfalterlampen ist wirklich immer eine Metallart. Weil wir uns gedacht haben, wenn es irgendwer nicht mehr will, dann kann er es nehmen und zum Altmetall gehen. Ich meine, wir hoffen natürlich, das wird keiner machen, aber theoretisch ist es total sortenrein. Und beim Regal zum Beispiel, natürlich, da ist es nicht der Fall, weil die zwei miteinander verbunden sind und auch ein bisschen ein Harz dabei ist zum Fixieren. Aber wir gehen davon aus, wer so ein Stück hat, wird es nicht sofort wegschmeißen. Und selbst da, das Zinn kann man auch recht gut runternehmen vom Rest. Aber es ist schon bei jedem Projekt bei uns immer wieder ein bisschen Thema. Man muss eben ausbalancieren, wann man sich dann für was dann doch entscheidet. Weil, ja, nehmen wir die schöne Installation rechts, da haben wir auch diskutieren müssen, naja, wenn man es genau nimmt, macht man ja 13 Bildschirme kaputt. Also wenn man es jetzt pragmatisch betrachtet. Natürlich, man gibt ihnen eine andere Wertige, eine andere Daseinsberechtigung, aber in erster Linie reduziert man sie eigentlich ihrer ersten Funktion. Es ist immer so ein Ausbalancieren der hoffentlich besseren Entscheidungen, aber eben, man muss da schauen, wie man sich durchnavigiert. Anders kann ich es nicht sagen. Dann habe ich gefragt, wenn man sich nähert, dann gehen die zu Leuten. Also es gibt bei der großen Installation, mittlerweile haben wir auch kleinere Luster gemacht und auch ganz, ganz kleine, aber bei der großen funktioniert es dadurch, dass in dem Baldach, es ist ein riesiger Baldach hin, kann man sagen, wo alle auch runterhängen, in dem sind 10 Thermo-Kameras, Thermo-Images-Cameras, also die machen eigentlich digital ein Bild, Wärmebildkameras, die gewisse Bereiche filmen und aufgrund, wenn da jemand wärmer ist als der Raum, schaltet dann der Kot eine gewisse Anzahl in dem Bereich an Palps ein und die Insekten fangen dann zum Schwirren. Da ist ein kleiner Motor, an dem Motor hängt eben dieses handgemachte Insekt an einem kleinen Faden und das Spannende ist, das haben wir eigentlich bei einem anderen Projekt mal herausgefunden, eher beim Testen, dass wenn man einen rotatierenden Körper hat, dass der sich anfängt zum Abstoßen, man kennt das ein bisschen von der Fliege im Glas. Und das Spannende bei uns war aber auch, dass wirklich die aerodynamische Form der jeweiligen Insekten einen Einfluss darauf haben, wie die Flugbahn ist. Was, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich total logisch ist, aber im ersten Moment hätten wir das nicht erwartet. Aber manche Insekten schwirren anders als andere. Und habt ihr da Angst gehabt, dass es eine spielwerdende Zeit, oder ist das wahrscheinlich passiert? Ähm, war es bei den Insekten selber? Die halten es aus, weil da haben wir lang genug getestet, also wir haben ja, also ich könnte eine, wir haben eine Schublade an Fehlversuchen, manche wirklich scheußlich wie die Nacht oder sehr aufwendig, dass man halt nicht 200 davon machen könnte, aber da haben wir viel getestet, eben was aushalten. Was sie manchmal machen, ist, wenn der erste Moment, das Anstarten zu schnell ist, kann es sein, dass sich der Faden aufzwirbelt. Dann ist es quasi für das Museum in dem Moment kaputt, aber bei uns kann man wieder einen neuen Faden drangeben und dann funktioniert es wieder. Und die Geräusche, dann spielt auch Geräusche, oder? Das Kling, 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 Kling ist einfach von des Insekten, wie man es kennt, nur dass halt unsere Insekten ein bisschen stabiler sind und deshalb ist das Geräusch auch ein bisschen lauter. Also es ist sehr laut. Also wirklich, die große Installation wirkt ein bisschen wie ein Almabtrieb. Wirklich. Das ist jetzt übertrieben, ja. Nein, es ist wirklich sehr laut. Nein, das ist es. Nein, ich habe noch einen Anschluss. Ich habe immer so zauberhaft, so ein Tefemäbel, ja, dann wird das Tefemäbel so, oder so, oder so, oder so, oder so, oder so. Ja, sozusagen nicht greifbare Dinge, sondern Seelenabfall oder wie auch immer, aber es sind Dinge, ja. Ja, also, ich habe auch gestern natürlich Güle-Morphismus gelernt. Also, das ist so, das ist perfekt. Güle ist die Form, oder nein, Güle ist das Material, wirklich, und Morphismus ist die Form, ja. Das heißt, Design ist immer eine Mischung aus Güle und Morphismus, ja. Das heißt, hier gibt es eine Idee, sozusagen, zu etwas materiellem. Ich habe zumal die Idee gehabt, in der man nichts tut, das zu bauen, etwas weglassen, etwas, weil ich sehe bei euch immer eine sehr, 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 sehr verantwortungsvolle Denkansätze, weil ihr macht es, ja, und hier, wir machen es bei dieser Überproduktion von Dingen, also, das haben wir sogar schon 3D-Buch, und irgendwann bucht man mit 3D und dann hätten es so voll, dass mehr von Platz mehr haben, das hätte natürlich jetzt übertrieben, nicht, aber irgendwelche beschäftigen wir das sehr, und oft einmal ist so die Idee, was wegzulassen oder was nicht zu machen, da hat man ja schon mit einem Architekten, da hat er dann auch gesagt, lieber, die schönsten Häuser, die du gebaut hast, sind die, die du nicht gebaut hast. Das ist ein kompliziertes Kompetenz. Ja, das ist vor allem. Nein, aber das war dann auch zu hören. Ein komplizierender. Aber ist das auch das Idee, bei euch noch dieser Ansatz, um mal das wegzulassen? Im Moment nicht so. Muss ich wirklich sagen, wir sind sehr, noch immer dem, also, was uns wirklich auch beschäftigt, ich kann sogar noch eine Slide dazu sagen, aber das hat mir vorher nicht ganz reinpasst, ist ja, dass wir uns viel mit diesen Daten in die Realität, also, dass man es eigentlich visualisiert, damit wir es verstehen, und was uns auffällt, ist eigentlich, dass man mehr und mehr eigentlich auch Realität zu digitalen, weil da kommt man, heutzutage wird ja auch diskutiert diese ganzen digitalen Artworks, und uns fällt mehr und mehr auf, dass man das Digitale so als eben nicht materielle Welt wahrnimmt, aber eigentlich ist es gigantisch, weil das Internet verbraucht mittlerweile mehr Energie als alle Flüge weltweit, etc., also es sind ja gigantische Serverfarmen notwendig für unsere digitale Lebensart, und das finde ich eigentlich recht spannend, oder wir haben ja eigentlich noch nie was damit gemacht, aber eigentlich das ein bisschen zu thematisieren, diese Distanz zu dieser, nennen wir es Cloud, und dass wir das eigentlich überhaupt nicht mehr spüren oder wahrnehmen als eigentlich was Materielles, was ja schon Energie und Ressourcen auf dieser Erde braucht, und jetzt nicht irgendwo sonst, dass das eigentlich viel zu wenig thematisiert wird, das schwirrt uns ein bisschen, aber dass wir jetzt was gar nicht, ja manchmal wäre es eh gescheit, man macht nichts, aber von irgendwas müssen wir auch leben. Eben, aber es ist ja eigentlich nicht weniger, nur weil es deshalb, das Unsichtbare, oder was man jetzt vermeintlich bei der digitalen Welt oftmals Unmaterielle wahrnimmt, ist ja total materiell, wir nehmen es nur eben nicht ganz so wahr, also ich glaube eher mit dem würden wir uns gerne beschäftigen, bevor wir gar nichts nix machen. Also wenn es nicht darstellt wird. Ich wollte mal sagen, wie dieses Projekt mit den Steinen und welcher Metalle man da rauskommt und wie viel, ist ja eigentlich indirekt schon eine Antwort auf die Frage von dir, Markus, oder? Eigentlich, ja. Also ich finde ich so, weil eigentlich, wenn man das sieht, kriegt mehr Bewusstsein dafür, wie wertvollen Gegenstände sind oder Naturmaterial und so weiter, aus denen alles schaffen wird. Und das ist ja... Wenn man sich so isoliert darstellt, oder so sichtbar macht? Genau, das hat sich eine ganze Information dazu bringt, wie Dinge entstehen und woraus und was notwendig ist. Und das ist ja ein super Ansatz, quasi ein Bewusstsein für das zu kriegen, wie viel was wert ist und was man braucht, was nicht. Wir haben eben kleinere Objekte in der Serie dann später noch gemacht, eben die letztes Jahr auch bei der Vienna Design Week ausgestellt waren. Und was da spannend war, war, dass wir so ein kleines Mobile gehabt haben, wo ein Kupferstück gehängt ist, das ungefähr so groß war wie so eine 5-Cent-Münze. Natürlich ist es ja 5-Cent-Münze jetzt nicht 100% Kupfer, aber man hat eigentlich dann so ein... Eben da haben wir auch mit so extrudierten Steinen ein bisschen wie die Verhältnismäßigkeit auf dem Bild als Gewicht gehabt und auf der anderen Seite eben das eine Kupferteil. Und auf einmal hat man irgendwie so gesehen, was das heißt, wenn man eigentlich einen Kupfer-Fünferling irgendwie wegschmeißt, weil man eigentlich so einen Stein wegschmeißt. Und den ganzen Prozess, der jetzt gar nicht dabei steht, und das Gleiche gilt ja für jede Schraube, die man beim Außer... Also man kennt es, man ist in der Werkstatt, man hat ein paar rostige Schrauben, man denkt sich nichts dabei, man gibt es zum Altmetall, weil warum auch. Aber das eigentlich mit jeder Schraube, die man wegschmeißt, schmeißt man so einen Stein von irgendwo weg. Oder gut, wenn man Glück hat, und es ist ein brasilianischer Stein mit einer Verhältnismäßigkeit von 50, weil er wirklich viel Eisen beinhaltet, dann schmeißt man halt ein bisschen weniger weg, weil der recht gehaltvoll war. Aber alleine, was in einer Schraube steckt, das ist ein Stein, und dann hat man ja noch gar nicht den ganzen Prozess dabei, was es braucht, dass man aus diesem Stein das Metall rauskriegt, geschweige denn aus dem Metall dann die Schraube macht. Also es sind ja so Sachen, und uns schreckt es ja im Büro immer wieder selber, dass das irgendwie eben diese Aussage, everything we cannot grow, we have to mine, das ist so, ja, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das, wie man es in der Volksschule lernt. Eisen kommt, wenn man Glück hat, die Milch kommt von der Kuh, und das Eisen kommt aus der Mine, aber eigentlich, man lernt es, und irgendwann vergisst man es, man nimmt es so eben auf, als so Gang und Gäbe, und mich erschreckt es wirklich im Büro so oft, diese Bezuglosigkeit, die man so schnell hat. Und ich freue mich selber immer, wie man den Bezug wieder auch herstellen kann, ein bisschen. Oder wieder, vielleicht kann man eh nicht wieder herstellen. Ja, ob wir was halt davon haben, oder nicht, das ist halt die Frage. Und kann natürlich kein Entschuldigung sein für das, was wir da sozusagen falsch einsetzen und falsch unleifeln. Genau. Ja, da und dann da. Ganz nicht, was wir gemacht haben für eine Ausstellung in Beirut, war, dass wir so ein bisschen Urban Mining ins Visier genommen haben. Das war eben Aluminium. Und wie viele Aluminiumdosen man eigentlich für ein Stück Aluminiummetall braucht. Das war dann so ein Aluminiumhaufen, den man dann auch Aluminiumcoaten haben lassen. Es gibt nämlich einen Metallsprüher in Wien, also die schaffen es, dass man Metall sprüht. Egal. Wir hatten dann so einen Haufen an Metalldosen gepresst, also eigentlich fast schon zu einem Block gepresst, so wie man es aus der Müllverwertung kennt. Und da drinnen war dann eigentlich, wie viel das native wäre, wenn man das wieder recycelt. Aber das dann in Verbindung zum Stein haben wir noch nicht gemacht. Und wir haben das Projekt auch noch gar nicht so wirklich, das hat Investment geheißen, das haben wir lustig gefunden. Naja, eigentlich wie viel Geld auch in diesen Sachen steckt. Aber den Bezug dann von dem zum Stein und der gleiche, also diese ganze Kurve haben wir noch nicht. Die ganze Parabel haben wir noch nicht. War da was gehört? Ja, mich würde mal interessieren, weil ich bin kein Geolog und habe dazu überhaupt keinen Zugang. Jetzt ist ja dieses Ratio-Projekt, also man stellt das Ganze ja sehr drastisch dar und man dann wirklich sieht, wie viele Steine im Prinzip dann bezeichnet es zu einem Metall. Wie ist das denn? Ist dann wirklich in diesem Stück Stein nur dieses eine Metall, was man da rausbekommt? oder der Rest ist unverwehrbar? Oder was ist mit dem Rest von Stein? Also, da kann man jetzt in einer guten Mine, in Brasilien beispielsweise, weil die haben wirklich ein sehr konzentriertes Eisengehalt dort, da wären theoretisch noch andere Teile da, aber das ist nicht rentabel, dass die noch rausdingseln. Das heißt, der halbe Stein kann man weiterverarbeiten und das andere halbe Stein ist Müll. Kann man jetzt bei relativ effizienten Minen sagen. In Österreich zum Beispiel, der Erzberg, ich habe nicht nachgeschaut, weil ich mich interessiert habe nochmal, der hat 20 Prozent, also da kann man aus einem Stein 20 Prozent rausholen, das ist ein bisschen mehr wie bei unserem Spiegel. und der Rest ist eigentlich, ich meine, es hängt immer von, das ist jetzt wirklich Geologenfrage, es hängt wirklich von der Region ab, weil es gibt Arten, wo in einem Stein fünf verschiedene Metalle drinnen sein können und es gibt Arten anscheinend, wo sonst nichts drinnen ist. In unserem Fall war es so sogar, dass unser Eisenstein und der Aluminiumstein aus der gleichen Region waren, also die waren eigentlich Nachbarsteine, nein, aber fast. Also da wäre beides theoretisch drinnen, aber beides auch nicht in der Verhältnismäßigkeit, dass Slowenien jetzt High-Ranking-Erznation wäre. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber... Aber es ist wirklich spannend, weil beim Aluminium zum Beispiel, da gab es ja vor, ich weiß nicht, zehn Jahren mal diese Katastrophe in Ungarn, wo so ein Becken übergelaufen ist, weil gerade bei Aluminiumproduktion ist ganz viel Bauxitschlamm und das war gigantische rote Massen an... Ja, das war... Ich meine, hat eigentlich sehr ästhetisch ausgeschaut, muss ich leider sagen. Also es war wirklich wie eine Kunstinstallation, aber eigentlich alles hochgiftig. Das heißt, das Ding ist ja nicht nur... Ich will jetzt auch gar nicht bashen gegen die... Wir alle brauchen die Metalle. Aber es ist interessant, dass man eigentlich bedenkt, wie viel Seitabfall- oder Nebenprodukte da entstehen und wie viel Schlamm, Abwasser etc. da überall bleibt. Genau. Vielen Dank. So, die erste, was er so bekannt hat, ist beantwortet. Wir können danach noch ein Bier weiternehmen. Gerne. Insofern bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für den echt inspirierenden Vortrag. Die Ausstellung mit dieser Installation und mit diesen Vigrinen, die wir jetzt zur Seite schieben, den Vigrinen und Vortrag ist noch bis 30 Minuten zu sehen. Ich empfehle, das auch nochmal anzuschauen. Wir haben da Projekte ausgesucht, auch eines von mir schon, ich glaube auch von anderen, die sozusagen diese Aufgaben von Design, die da formuliert werden, nochmal begreifbar, sichtbar machen. Wir haben auch noch zwei Führungen dazu, wo auch zum Teil Gestalter, Gestalterinnen da sind, über ihre Projekte erzählen, dass vielleicht hat der eine oder andere nur Zeit zu kommen. Und dann gehen wir in die Sommerpause und im September wieder voll zurück. Ich hoffe, ähnlich wie jetzt, vielleicht noch bessere Condition. Und jetzt wollte ich euch noch bitten, ich habe das noch nie gemacht, aber vielleicht ist das, nachdem es jetzt draußen lehnt, jetzt super, wenn jeder an seinen Stuhl nimmt, wenn er aussteht und da links und rechts der Installation so an die Wand lehnt, dann haben wir dann da noch Platz, Frau Papier. Super, ich danke sehr und wünsche mir viel Spaß. Vielen Dank.